So sieht Verwöhnen aus. Verwöhnen mit einer Gesichtsbehandlung im Wellnesscenter der Rupertus Therme in Bad Reichenhall. Nach einer Hautdiagnose wird die Behandlung individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abgestimmt. Reinigung, Peeling, Bedampfung, alles was der Gesichtshaut und dem Dekolleté gut tut. Ein Genuss durch und durch. Ein Traum. Also ich fühle mich so entspannt. Ich fühle mich fabelhaft. Man wird mit Würde behandelt. Man legt sich hin, man macht es sich bequem. Das sind alle Professionisten hier. Also man bekommt einfach das Beste vom Besten. Und zwar in jeder Hinsicht. Genau dafür steht das Wellnesscenter der Rupertus Therme. Genau deshalb kommen Kundinnen wie Michaela immer wieder. Weil sie sich einfach wohlfühlen bei uns. Sie fühlen sich geborgen. Sie können loslassen. Sie können den Alltag für den Moment vergessen, wo sie bei uns sind. Sie fühlen sich rundherum versorgt, gut behandelt und können einfach die Seele baumeln lassen. Und damit ist so eine Gesichtsbehandlung wohltuend. Wohltuend für Körper, Geist und Seele. Alle drei. Körper entspannt sich. Geist kann sich baumeln lassen. Die Seele taucht ab. Es ist einfach herrlich. Einfach herrlich. Eine Gesichtsbehandlung im Wellnesscenter der Rupertus Therme in Bad Reichenhall.